Weil Dolenz hat viel zu sagen und teilweise sagte das nur nachdem wir gerastet haben. Ich dachte schon, dass ich deine Augen auf mir gespürt hätte und es kommen die Worte. Du musst mich verlassen, egal, also lass uns losziehen. Ich hatte einige Fragen, die ich dir stellen wollte. Wenn dich Zweifel und Neugeplagen, dann schlägst du dir die Fingerknöcher an der falschen Tür wund. Ich will trotzdem Sachen wissen. Warum war es uns vorher bestimmt, uns zu treffen? Ich wollte dich über die Region und ihre Geschichte befragen. Erzähl mir vor mal gerade, ich wollte mehr über dich erfahren, lass uns weiterziehen. Warum war es uns vorher bestimmt, uns zu treffen? Das Warum dabei liegt darin begründet, dass du ein Wächter bist. Er staubt verächtlich. Was das Warum angeht, fahren Wächter doch immer zweigleisig. Für mich dagegen geht es mehr um das Wir. Früher gab es eine Zeit, zu der ich nicht eigenen Gedanken auf deine Worte verschwendet oder mich überhaupt mit dir abgegeben hätte. Jetzt aber ist das anders, da ich auf der Suche nach Wächtern bin, um ihnen die Wahrheit zuzuführen. Jetzt, da ich sehen will, in welche der beiden Richtungen sie gehen. Er lächelt leicht, was spöttisch wirkt. Wahrheit, welche Art von Wahrheit und was sind das für Richtungen? Ich möchte dich was anderes fragen. Was sind das für Richtungen? Entweder bist du ein trockenes Feld, das ein Erntefäuer gebrauchen könnte, einen Moment lang runzelt er mit matten Augen die Stirn. Oder aber du bist in der Finsternis verloren. Wie auch immer, du kannst die Dinge anders als die anderen sehen. Er deutet ein Grinsen an, dann aber wird sein Ton ein Stück weit anklagender. Das weiß ich, weil ich mitbekommen habe, wie du den Stab vielleicht zu Beginn angesehen hast. Nicht viele können sie sehen, also weder Eingärmungen noch Flammen. Deine Augen aber. Er startet dich begierig an und nickt. Deine Augen aber haben den Weg verfolgt, das konnte ich sehen. Also was bist du? Ein trockenes Feld oder ein Verlorener in der Dunkelheit? Dorons Gesicht spannt sich an. An dem Tag, an dem wir keine Fragen mehr austauschen, ist der Tag, an dem wir nicht mehr eines gemeinsamen Weges gehen müssen. Und die Prüfung an? Dorons klammert den Stab mit seiner Hand. Die Prüfung ist abgeschlossen. Also weißt du es auch nicht? Dann unterziehst du mich einer Prüfung. Erspare mir deine Beurteilung, die kann keiner von uns gebrauchen. Also weißt du es auch nicht? Man sieht doch, dass diese Nation krank ist. Man muss kein Wächter sein, um es in den Kindern zu sehen, in der Politik, in den Männern, die mit Messern in den Händen und Mord in den Augen auf den Straßen lauern. Dieses Land braucht neues Leben, neue Saat, die in den verbrannten Boden gepflanzt wird. Er senkt gekünstelt seine Stimme und kneift die Augen zusammen. Und irgendwas sagt mir Wächter, dass du den Weg kennst, um diese Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen. Deine Art kennt ihn immer. Also dann müssen wir dafür sorgen, dass du jetzt die Wahrheit sehen kannst. Diese Nation und ihre Bevölkerung braucht keine weiteren blindenden Lünen und ich auch nicht. Wahrheiten werden geprüft, nicht blind hingenommen. Und wie gedenkst du mich zu prüfen? Mit dem wandeln auf gemeinsamen Weg natürlich. Eine Wahrheit als Gegenstück zu einer anderen und marschieren im Gleichschrift laufend im Einklang. Die anderen Priester können ihre Lehren und Geschimpfe für sich behalten. Für meinen Glauben, meine Lehre, ist das gemeinsame Reisen eine einfache, harte Wahrheit. Sein Lächeln wird breiter und dann klopft er sich mit den Händen gegen die Talie. Erst einmal, dann erst einmal, dann nochmal. Und wenn man die Wahrheit eines Beins gegen die eines anderen schlägt, dann stehen beide Beine fest auf dem Boden. Wenn man jetzt dagegen mit derselben Kraft eine Lüge gegen die Knie schmettert, sein Lächeln erstürmt und er kleift die Augen zusammen, dann bist du ein Krüppel, der nur noch auf einem Bein stehen kann. Ist das der Grund, warum du deinen Stab mit dir führst? Du wirst sehen, dass es bei der Wahrheit an nichts fehlt. Ich möchte dich noch etwas fragen. Führst du deswegen einen Stab mit dir? Ist das der Grund, warum du uns gerade eine weitere Theane vom Stab hinlässt, als er blinzelt, seinen Kopf in den Nacken wirft und herzhaft zum Lachen beginnt. Und zwar so sehr, dass ihm die Luft ausgeht, bis das Lachen erzwungen wirkt. Vielleicht sind es deine Worte doch wert, dass man ihn zuhört, Wächterin. Er legt die Stirn in Falten und denkt, der Humor ist vergangen. Letztendlich aber wird die Wahrheit siegen. Halte Schritt und wir werden sehen. Ich möchte dich was anderes fragen. Der Pfeister fühlt mich zum Belästigen und scheint dich kaum zu sorgen. Ich will mir über dich erfahren. Er grunzt. Ja. Du, wenn es aber ist, ist aber ein merkwürdiger Name. Woher stammst du? Woher stammst du? Von einer von Magrinds Feuer. Eine Kathedrale. Aschfall. Mähter aus schwarzen Trennen. Wo, wo ich komme? Du uns seufst. Ein Moment lang greift seine Hand den Stapel fast fest, dann entsperrt sie sich. Aus einem von Magrinds Feuer. Eine Kathedrale. Aschfall. Gebaut aus geschwärzten Bäumen. Ich studierte die Schriftungen dort. Die Feuer wurden in die Lande. Die Trunk der verbrüllen Trennen. Und in den Faktorien, wo die Reifeln und Kartrischen geschwärten wurden. Alle unsere Kapeln in anderen Devotionen. Ich studierte die Schriften dort, die ins Land gebrannten Feuer, die Stämme der verbrannten Bäume. Und in den Fabriken, wo man die Gewehre und Kartuschen fertigte. Alle sind Kapellen in anderen Andachten. Ja, also die Aschfall-Zitadelle ist gleichzeitig Pyromantie, gleichzeitig Massenproduktion von Schusswaffen. Yay. Also Kriegsakademie mehr oder weniger. Was für andere Andachten denn? Dorens nickt. Magran sieht jedes Feuer als anbildungswürdig an. Physisch oder nicht. Der Arm aus einem Schmieds, die Werkband eines Handwerkers. Alle Arenen, in denen Feuer auf seine Geburt wartet. Dorens schnimmt mit seinem Finger. Mehr als einen Funken braucht man nicht. Ein alchemistisches Feuer vielleicht und einen Funken an Kartuschen. Und schon werden sie schneller ihrem Zweck zugeführt. Ihrem Zweck? Dorens neigt den Kopf und denkt nach. Nun ihrem damaligen Zweck, und zwar vor langer Zeit. Dorens kratzt dich am Bart. Der Bart war damals etwas heller als jetzt. Aber ja, Kartuschen und Gewehre, alle hatten sie einen Zweck. Und dieser Zweck bestand darin, Löcher in Magier zu schießen, das die wichtig-tuerische Luft aus ihnen hinaus zischt. Dorens lächelt, dünn, dann nickt ihr. Ihre Art hat es gleich aufgeweckt, und sie anstatt zu schlafen, in die Dunkelheit an die Decke starten zu lassen. So viel ist sicher. Alov verdreht ihr Augen. Wichtig-tuerische Luft, wohl wahr. Alov ist ja Magier. Ein bisschen Gewalt als Unterschied. Eine Antwort auf unkontrollierbare Macht. Nur Magran hat darauf eine Antwort gegeben. Magran hat zur Tat mit Magier gleichgestellt. Du, uns nickt der Leute. Magier waren damals ziemlich lästig. Feuerwaffen machten jeden Mann zu Magier, und die hübschen Arkadenschilde der Zauberwirker hatten ihnen nur wenig entgegenzusetzen. Naja, die Arkadenschilde halfen halt gegen Magie, aber nicht gegen ein Stück Blei im Herzen. Es verweigelte jeden Gemein in ein feuerspeitendes Biest. Es machte das Schlachtwerte dem Erdbogen gleich so viel sicher. Und es schickte viele Magier ins Grab. Erzähl mir mehr über Aschfall. Du, uns grunzt, das interessiert dich mehr, als die meisten von Magrans Gläubigen. Was kannst du mir noch über Aschfall sagen? Was gibt es da noch zu erzählen? Doris runzt in die Stirn und greift seinen Stab wieder etwas fester. Seine Finger scheinen förmlich im Holz zu versinken. Der Heideke sitzt, das ist eines der größten Feuer von Magran. Er zuckt mit den Achseln. Manche sagen, dass nachdem das Feuer satt ist, nur das Pechschwarze zurückbleibt. Nicht das Böse, sondern die schwarzeste Asche. Er hält inne. Ich hatte sie schon mal Kathedrale genannt, das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Eigentlich ist sie mehr wie ein Schlachtfeld, das mitten im Schauplatz des Krieges der schwarzen Bäume liegt. Sie wurden aus dem Holz des verbrannten Waldes dort errichtet und jedes Stück Holz wurde vom Feuer von einer der größeren Schlachten Magrans gesegnet. Viele von uns hatten dort mit den Kriegsanstrengungen, mit dem... Viele von uns halfen dort mit den Kriegsanstrengungen, mit Flammen und Feuerwaffen. Wie kann man sich die Kathedrale vorstellen? Massiv, wunderschön, gesegnet von der Göttin, können ihre Flammen nichts mehr anhaben. Können ihre Flammen nichts mehr anhaben. Nur uns Augen wandeln zu seinem Aschgrauen Stab und studieren die Einkommungen. Darunter? Tunnel und Kammern, Blasenbäcke und Feuergruben. Und viele der Gläubigen, die nach Wegen suchen, das Feuer in die Welt zu bringen. Er wendet seinen starken Blick vom Stabwege und schaut dich an. Feuerwaffe, Sprengstoffe, Alchemie, all diese gehören zu unseren Heiligen-Symbolen und wir teilen sie gerne mit anderen. Der Stab scheint wohl dein Heiligen-Symbol zu sein. Wenn du mich weiter belästigst, könnte ich dir für jede Frage die Spendenschale erreichen. Gehe nur jetzt der Frage rein. Lass uns den Weg zum nächsten Lagerfeuer führen. Ja, ich raste jetzt mal. Ganz einfach, damit wir uns kurz noch fertig über das Thema ausquetschen können. Ja, ich hätte gerne ein Zimmer. Wir brauchen plus eins Wahrnehmung, plus eins Mechanik erst mal. So, jetzt dürften wir noch mal mit Duwens reden können. Mehr über dich erfahren, erzähl mir mehr über Aschfall. Ja, Durst hebt eine Augenbau, du Stab da verächtlich. So viel wie du mich fragst, hast du wohl größere Sehnsüchte danach als ich. Ja, ich will doch diese zwei Sachen klären. Dein Stab da scheint wohl dein Heiliges-Symbol zu sein. Das hier tut uns blitzelt, so überrascht sei. In gewisser Weise das hier erzeugt mir den Achseln. Das hier ist mehr davon, was übrig bleibt, wenn die Flamme zuschlägt. Wenn Aschfall eine Kathedrale ist, die von solchen Stäben gestützt und eingezäunt wird, dann wird mich dieser Stab, naja, er wird mich stützen, während ich die Kathedrale meines Weges beschreite. Vielleicht zu einem anderen Aschfall, das auf seine Entstehung wartet. Wer weiß. Er wiegt es und dreht es in seinen Händen. Das Holz stammt aus dem Krieg der Schwarzen Bäume. Sehr robust. Es hat mir auf meinen Reisen gute Dienste geleistet und war mir ein treuer Gefährte. Kannst du mir etwas über den Krieg der Schwarzen Bäume erzählen? Naja, also, Torons kratzt ihn mit einer Hand an einer Pockenabe an seiner Wange, obwohl seine andere hat weiterhin fest den Stab umklammert. Das war vor vielen Jahrzehnten. Das Feuer wallte durch die Wälder und tritt flammende Ernte ein. Ein Zeichen Magrans. Ihre Finger liegen auf der Landschaft, dort, wo Kratzspuren auf dem Rücken eines Mannes. Doris lässt seine Hand vor seiner Wange fallen und führt sie zu seiner anderen Hand am Stab zurück. Nachdem sie den Boden geheiligt hat, ist der Wald nie mehr nachgewachsen und kein Samen hat ihn dort gekeimt. Die geschwärzten Bäume stehen dort noch immer wie schwarze Hände, die aus dem Boden greifen. Er kichert. Wächter, sie ist romantischer als ich es darstelle. Schließlich trägt sie die Handschrift einer Frau. Also, Magran meint er gerade. Was sind das für Ankast für Ankhamungen am Stab? Erzählungen, Erinnerungen, etwas zum Nachdenken, Andacht nicht mit meinem Verstand umfassen kann, wenn mich das Segen von Wörtern ermüdet. Er grunzt. Gesänge verlieren ihre Stärke, aber mit eigenen Fingern ins Holz geschnitzte, vor Feuer gesegnete Symbole? Du hast vielleicht mit einem Finger den Stab entlang, worauf das Symbol dort mit roter Feuersglut leicht aufleuchtet. Als er seine Hand wieder wegzieht, leuchtet es immer noch und er startet es an, während die Feuersglut in seinen Augen reflektiert wird. Ich halte Symbole für eine größere Quelle der Andacht als Worte und Texte. Das heißt, wenn es viele Texte gäbe, er grunzt und rümpft seine Nase. Texte erinnern mich an Edir, das Parfum des Adels. Allaufgehend, wenn ihn nur das gesprochene Wort auch so schnell ermüden würde. Du anscheinend den Kommentar nicht bemerkt zu haben. Der Krieg der schwarzen Bäume und dieser Stab, den ich kenne, sind die einzigen Hymnen und Devotionen, die ich brauche. Und es ist ein Symbol, ein, das die faithful und faithful sind zusammen. Er macht den Rücken gerade und soll es während seiner Hand wieder den Stab hält. Der Krieg der schwarzen Bäume und dieser Stab, den ich bei mir trage, sind die einzigen Hymnen und Andachten, die ich brauche. Und er ist ein Symbol, dass Gläubige wie Ungläubige gleichermaßen verstehen. Aschfalz vorräht an Feuerwaffen, Sprengstoffen und alchemistischen Feuer klingen gefährlich. Ja, Dienst to Whale, also mehr können wir wieder nicht rausquetschen, aber das ist auch gut so. Wir sollten jetzt mal langsam gehen. Denn jetzt müssen wir noch zwei, zwei Quests abschließen, glaube ich. Und dann können wir in den Tempel gehen. Ich habe nämlich, glaube ich, auch immer noch die Rache aus dem Grab offen, oder? Ja, Rache aus dem Grab ist offen. Dafür muss ich kurz, äh, InnoGrets Haus finden. Das ist ja zum Glück auf dem Weg. Und ich gehe erst zum Müller, dann in das Haus. Und ich hau mal den Geschwindigkeitsboost ein, dass wir uns schneller bewegen hier. So. Äh, nicht pausieren, sondern den Booster wegnehmen. Und hier reingehen. So. Trummel nickt dir zum Begrüßen. Du bist zurück, hattest du Glück bei Sprengur? Ich habe mit ihm gesprochen. Trummel atmet tief ein. Und was hat er gesagt? Ich konnte mich überzeugen, deine Familie in Frieden zu lassen. Wie, jetzt echt? Das sind tolle Neuigkeiten. Ich war mir nicht sicher, ob du zu ihm durchdringen könntest. Die Hälfte der Zeit sind doch, sind sie doch vor lauter so völlig von Sinnen. Ich stehe tief in deiner Schuld. Hier für dich. Er nimmt sich seinen Münzbäu vom Gürtel und drückt ihn in die Hände. Die heutigen Tagesannahme als Zeichen meiner Anerkennung. Außerdem kannst du dir sicher sein, dass ich alle wissen lassen werde, was du für mich getan hast.